Mob Attacke! Das war nicht Selfie Ich liebe die Natur Ich liebe die Natur Ich liebe die Natur Ich liebe die Natur Adolf Hitler Adolf Hitler Ich liebe die Natur Ja, Adolf Hitler Ja, Adolf Hitler Komm her Komm her Komm her Oh, f*** Hey, du bist der Haus Du Ich hab ihn geblendet von meiner Schönheit Okay, du hast wieder so witzig, dass du witzig bist Hey, warum ist der Reifen im Boden? Der muss wegfahren Im Boden Ich hab ihn geblendet von Artist Oh, ich hab ihn geblendet vonleşen Das ist ein Wahnsinn. Schau, ein Dirndl! Schau, ein Dirndl! Schau einmal, das ist ein Dirndl! Das ist wie ein Dirndl! Ein Dirndl! Ein Dirndl! Ein Dirndl! Äh, schau, es besteht aus Holz. Es ist ein überteuertes Dirndl mit Löchern. Es ist ein modernes. Wo steht der Preis? Da steht der Preis! Schau, der Preis! 2 Dollar? Niemals! Ja, es geht nicht. Scheiß dran! Stuhluck! Wieso ist da ein Hei im Karton drin? Weiß ich nicht! Weiß ich nicht! Weiß ich nicht! Ich weiß es nicht! Scheiße! Ich kann heute nicht lang spülen. Bzw. ich kann jetzt gar nicht mehr so lang spülen. Ja. Weil ich hab durchgespielt letztendlich. Und weißt du, was Oma Schwammkopf gesagt hat? Wenn du am durchgespielt hast und die Fressen bringen dich um! Ich bring dich um! Ich will doch rechts um die Ecken kommen! Nimm ihn, oder? Ah! 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 Der hat mir den Krieg getroffen. Der hat mir den Krieg getroffen. Ogi, nimmst du eigentlich Herpes? Als du das Ding getroffen hast? Oma! Oma, hast du das gesehen? Der Kobold! Ey, der hat wieder so einen Schuss getroffen, ne? Ich pack das gar nicht, ey! Heute geht die Currywurst auf mich, ey! Ich bin erstaunt! Hey, Spulmann, nein, Zombie! Ey, Reite, gib dein cooles Juden-Pikacho in dein Emblem-Editor-Kästchen-Quadrat. Jojo, gleich, oder? Chill dein Kitzler! Warum machte ich das? Das war der Spuch, dich ertornen! Hey, 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 ich hab eine Bühne! Schnell dich hier unten! Du bländest die Server, du Opfer! Wie nennt man eine Ente, wie nennt man eine Ente, die im Wasser schwimmt? Halt's den Maul! Schleicht dich! Noch einmal? Okay. Und jetzt leise sein Reite, sonst musst du uns abholen mit Gott, wenn er tanzt. Wie nennt man eine speziellen Menschen? Reit du! Reit du! Reit du! Wuhu! Laun! Fuck your bitch! ần Weil China Keine �ill down Kim Resident ,